Es ist kein Raining-Cube! Peter hat sich jetzt gerade aus dem Staub gemacht Hä? Wie denn? Enclaves Order Subject in Cube 12 May be prepared for us The Craft Hero who betrayed us And destroyed Cube Zero Access Point headed here In hope of saving those people Pay attention Don't go off guard Gustav Enclaves Here? Again? Ah, Scheiße, ich bin gar nicht Gustav Fuck! Wie wird, wenn wir hier beim Hinterbewegst Oh lol, da geht's weiter Oh mein Gott Wofür sind die ganzen Schalter da? Alles Fake Schalter? Ja, wahrscheinlich Ah! Wo ist Gustav da? Enclaves? Where? Hier? Okay Enclaves Officer's not Something is jamming the Radars We are blind We lost the Craft Hero signal And will try to turn around Hope that we won't crash into the Cube's Wall What? Enclaves? Hier? What? Again? Was ist das denn hier für Scheiße? Ich bin voll verwirrt Hoch oder runter Ich bin voll verwirrt Ne Nein Ihr redet auch kein Wort mit uns Ne Bloß nicht Ich probiere dieses Rätsel hier Ich spiel welche Maps und ich spiel nicht mit Warte So Water Detector Mode Funktion Ah, okay Manual Bypass Necessary to Open Emergency Hatch Ja Nein LOL Okay So 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 Fuck So So Ach Peter Ha 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 Okay, mach 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 Dennis lass das doch mal Okay 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 So Ne Warte mal Erst der hier Dann der Dann der Und dann der Ach fuck Okay, ich weiß wie es geht So 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 Und so He he So das müsste jetzt richtig gewesen sein Hm Na ja Na ja What Geht doch oben weiter Die Treppe einfach hoch Ach, Emergency Hatch Okay Hammer nice Hammer krass zur Aussicht Oh ja Definitiv I think I know what to wait saß Oh nee Oh, das kenn ich auch Oh ja, da kenn ich mich dran eh Oh nee He 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 Just jump into the water, no complaints Hä? So kommt das Wasser Ah, okay Ah, ich glaub Die Wutstaben warten nicht mehr als er nach uns Nee He 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 Oh, Moment Oh, ne, ha, die Warte doch mal ebkes Okay Oh, okay, meinte natürlich nein Ja 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 Ja, meinte auch nein Fuck Oh, ja, lass dich auch nichts neues einfallen, ne He 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 Oh, das ist aber ein geiles Deja-Vu irgendwie I knew it, since I was saw his neckles Oh mein Gott Na, wieder, ich wusste, seitdem ich die Buchstaben gesehen hab Ich kann noch nicht sehen, was ich geschrieben hab Ich kann noch nicht sehen, was ich geschrieben hab Sagen muss, meine ich Upsala So you're not feeling nostalgic? Alter Du hinkst da drin fest? Ach, Peter, leck mich doch eure Nüsse! Dann warst du selber, du Bob Das war ich gar nicht Fuck Hammer geil Fuck Fuck Warte Peter, fick dich doch in den Arsch, ey Ich weiß nicht, dass ich das schon erwähnen Letztes Mal war ich auch der Erste Jetzt müsste ich ja Fuck Du hinkst Du hinkst Duh, 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 duh Alter, Bram ist schon da voll weit War ich jetzt mal auch Den hab ich da mal runtergeschlagen Oh, leuf Oh, schon fett wenn ihr mal nach rechts guckt der guckt, der guckt, sieh euch mal rein, wenn die schon wieder gebaut haben Und wir waren ja auch in der Insel noch nicht drin Äh, in der Insel, in der Burg Das stimmt Also was auch kommen muss für sich hält woher was geht er denn hinter dir gut kann man vorlesen don't miss der jump okay das ist man nicht nicht tun ich hätte auch unterschlagen schnell nein ich bin jetzt einfach richtig angegeben ne komm lass mal bitte ach dennis lass das doch alter schlag mich daneben das war ich nicht das war ich nicht das war bitte oh Gott ich bin Münchner ich bin ich bin ich bin da ist ich habe verarschen ne L 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 war das richtig ja das war richtig Ich bin ganz sicher, dass wir niemanden im Leben finden. Aber sie werden hier durch den Kastel gehen. Okay, irgendeine Mechanik ist in einem der Schwooms versteckt. In einem der Schwooms? Oh, du! Ach, toll. Jetzt braucht er auch keinen Schalter. Ganz vorsichtig, Peter. Oh, Gott! Wo seid denn ihr Mongos jetzt hin? In einem Graveyard. Aber auf dem Graveyard. Cool. Hier ist ein Grabstein von Luigi. One Shroom too much. War jemand schon in der Krypta? Nee. Moment, wie hieß die Lösung nochmal? Also in einem der Gebäude stand, in einem der Schwooms ist was. Commander Shepard, still nobody knows if he or she saved Galaxy from Reapers and Acta eaten by Sheeps. We miss you, Shepard. What the fuck? Ach so, bei Sheeps wegen Shepard. Oh mein Gott. So, was wir heute bauen? JOOOOOOON! Maybe something else HICK! SPAM RIGHT MAUSE BUTTON SPAM! Oh yeah... Don't make NPCs with lever arms. It's too tempting to rip off his arms and just to open a door. Oh my god... I'm a futile Englisch ist gut. Was ist denn das hier? Exot die Adventure. Ach, das war eine Easter Egg Area. Ja, okay. Ich hab zu sehen, wenn ich welche Cochonus habe und da runtergesprungen. Hm. Das wird das hier nicht gesehen haben. Das war vorher zu. Achso. Ezio Firenze, der versucht, diese Map zu lösen und seine Hände zerbrochen. Pfff. Ah, hier ist es ja. Was? Das zweite Teil ist hinter der Chapelle. Auch für mich ist es ein kreppiges Ort. Was ist denn hier eine Chapelle? Ah, ja. Chapelle Show. Äh, Moment, da war ich gerade noch nicht drin. Ja, die Kapelle. Hier. Hinter, ist dann wahrscheinlich hier, oder? Aber hier ist die mit hier einen Weg nach unten. Ja, der ist jetzt hier gerade offen gegangen. Wahrscheinlich. Weeeeee. Weeeeee. Ah, ja stimmt. Vorhin war hier nämlich noch der Altor. What the fuck? Ah, hier. This will unlock stairs next to my house. People call me weirdo, but even I don't like old and shit graves. What the fuck? Und jetzt? Wohin jetzt? Zurück zu dem Haus, wo ich das gelesen habe. Und das war hier. Hui! Oh mein Gott. Oh, hier ist die Tür. Oh, hier ist, glaube ich, das Krematorium. Ne? Krematorium. Krematorium. Danke, oh mein Gott. Krep... Krep... Die Krep-Aufbereitungsanlage. Hier ist der Käpt'n auf der Sparkly Brigade. Wir werden dich und deinen Turtel für immer. Was ist das hier? Vater Roman, der die Lichter der Lichter der Juden... ...dur... 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 Oh mein Gott. ...dur... ...und... ...wittert in den Namen der Frieden und Liebe. Frieden und Liebe, meine Freunde. Frieden und Liebe. Ja, Gustav. Hä? Der Service ist unnötig. Oder ich lasse dich hier einfach durch. Ich bin zufrieden von all der Up- und Down-Stuff. Hier liegt Zuckga, King of Thieves and Welter, Savior and the Damned. Willst du nicht auch hier durch? We are on trail and that is what matters. Das hat jetzt natürlich nicht funktioniert. Natürlich nicht. Entschuldigung! Do not go any further. Go, go, poor Rangers. Loil, der spielt auch Musik. Du bist immer nicht fertig. Ich hab' auf'n Knopf gedrückt. Ist ja nicht mein Text? Ja. Hardy. Das ist Hardy's Text. Wo ist Hardy's Text? Da läuft doch nicht immer an allem vorbei, ey. Ja, ich würde immer gucken, was da noch kommt. Ja, Geduld, Junge. Wo ist denn jetzt mein Text? Ja, hier. Das alles. Da gehört weder Gustav noch Ruth. Ach so. Dann ist das direkt mein Text. Ja, sicher. Intruder, do not go any further. In these worlds we buried our greatest kings, and you shall not disturb them in their eternal sleep. But if you are enlightened, and you seek knowledge, face the challenge of two mazes and make your way through them. Then you will have a chance to pray on the tombs of our lords. Only those who seeks the light may walk through this maze and remain sane. Ja, wir teilen uns auf. Wer geht wo? Ich will hier hören. Nee, dann gehe ich rechts. Ich gehe auch rechts. Ich sehe kein Leid. Hier rechts ist nochmal ein Leid. Ist hier nochmal ein Leid? Was ist denn Leid? Was ist denn Leid? Was ist denn Leid? Loil! Aber naja, ich bin durch. Na, warte ich ja mal geschmeidig auf euch. Na, ich auch. 3, 2, 1. Hat hier nicht auf gepasst. Okay. Na, das war... Was? Was? Na, Leute. Ja, Leute. Loil. Was? 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 King Luis, first enlightened to help us to understand the gift of mind and cured infection. Hm. Ich find the name of M's and N's. King Aramanon, who concluded the truth and the truth and separated us from unbelievers and erotics. What erotics? Wait a minute. Wie hießen denn nochmal diese komischen Viecher bei Mass Effect? Hießen die nicht auch? Heurethics oder so? Wie hieß die denn noch, Peter? Weißt du das noch? Reaper? Nee, die Geth. Diese Geth-Gruppe, die hieß doch auch Heurethics. Was geht denn jetzt hier alles ab? Ja, die ist wieder ein Note. Ja, echt mal. Ah, die ist eine Note. Wo? Guard's Note, I just started to work here and why wonder why this one cell is always empty. I heard legends about chicken passengers about Captain. What can I if I try to investigate? Okay, ich bin da schon weitergelaufen. Ich kann mir das Ganze. Du bist so ein Noob, wa? Will ich denn jetzt? Muss man in den Keller, Dennis? Nee, du musst oben weiter. Da. Moment. Von dir ist mir wahrscheinlich recht lang. Irgendwie so. Geradeaus oder so? Ja, genau. Wow. Jetzt kommt mir, wie der Hali wieder versagt und ich will den Schatzplatz haben. Ja, der meinte ist einmal runtergefallen Immerhin, wa? Wenn der Bubu ist Aber geil Wir gucken es weiter Hier geht es auch einmal runter Hier sind Abwasserkanäle Ja, da kommst du wieder hoch, wenn du gefällt hast Achso, okay So wie Dennis zum Beispiel Ja, dann macht das dummer Fuck, fuck, ja, ja, ja Alter, ich bin da voll drüber geglitscht ohne Scheiß Jetzt ist es aus Wieso ist es aus? Ah, ich glaube, weil ich hier auf den Schalter gegangen bin Achso Ich weiß es euch ja nicht gemacht Ich weiß nicht, ob ich das will Ja, müssen wir Hoppala Alter Boah, du bist doch so ein kleiner Fotzenkopf, ne? Ja Ja, Peter, du bist ein ganz Witzigen Oh, shit Ja, danke, Dennis Oh, geil Ich bin ein Schwein, da gehst du hin Die Party, du bist jetzt der Stable Master Ich bin der Stable Master Oh Today I discovered something strange I was pissing into the water through it and it seemed deeper than ever Like there is some corridor beneath it Like there is some corridor beneath it We have to come here Don't feed the shrooms Oh, is that a castle? Oh, is that a castle? Oh, is that a castle for civil war and all separation Everybody fixed trapdoor, I have no idea why we have roof exit without hatch All of our books may get wet Ah, Dennis geht auch richtig wet, Johan Hadi, du bist schon wieder an Schillen vorbeigelaufen, ich verstehe das nicht Da Ich glaube, das ist doch der Grund, warum Die Craftio Was ist der Grund? Nee, ist okay Ja, komm, sag Nee, gehört nicht hierhin Die Craftio war hier und The King allowed him to do a few hours Even in the department of barely-spanisch-schlecht-auto Oh, doch Karosserie des Autos sagt was anderes Ja, was ist denn damit? Zurzeit nix Ja, also Ja 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 Muss ich denn jetzt hin? Alter Hier sind wieder Schilder, Hadi Ja, ich bin aber leider noch nicht da Komm hoch Okay Okay Forbid entering through that door How can we patrol and protect castles when we cannot access all walls? Tja Das heißt, wir müssen mehr so hier umgehen Na, hier Oh, doch Wahrscheinlich schon, ja Auch wieder nix drin Back entrance to the bunk Hier Oh Hier kann man runter Theoretisch Wenn man möchte Ah, hier kann man auch gerade runterschlagen Hier ist noch Kuchen Also, ich tippe mal Wui Ach, da ist Aber jetzt ein bisschen weiter weg Alter, voll Figuren Da ist ein Schalter noch Ich hab auch einen gedrückt hier Oh Interessant Ah, jetzt sind die Türen da oben auf Zumindest eine Oh Oh Mein Gott Ah Haha Verdammt Ja genau Ja genau Das soll alles mein Text sein Ja genau Wo ist dennis? Hörst mich wohl, ihr seid Wir sind wieder zurück im Raum Boah Bullshit So viel Text Achso Jetzt hier hoch Und dann müssen wir kurz vorlesen Dann kann Heidi den Rest warnen Ah, ich darf anfangen Jetzt darf mein Text ab No, das ist so Oh Ah Looks important Read carefully Hast du gehört, Heidi? Read carefully And King ordered guards to release the Spy And bring him to the throne of the chamber Spy called himself the Craftio And claimed to be friend Not only the enlightened And the King But to all the cube With the King's permission He talked about threat on the mighty sea And ships with minions of evil He asked For help, for peace Together we stand Divided we fall He said Our beloved Lord answered You will not find any help here As what we think of separation Does not matter Ancestors Are never wrong But you might look in my Counselor Tower As his mind is open for new ideas Look in fire for the key And the path behind gold ball Shall we all Go with my blessing outsider Go with my blessing outsider Morena, das hat mich tief bewegt Interessant Ja, mich auch unbedingt Wenn mich das besser bemerken kann, kannst du's mal kurz vorlesen Nein, auf keinen Fall Okay, das ist der Path of Golden Wir müssen wir irgendwo in den Feier suchen Oder hinterfeier Einer rechts, einer links Moment Komm, wir beide hierhernd Da nix Bis auch ins Feuer reingegangen? Nee Das hat ihr Popos, ey Dann haben wir ihn jetzt schon wieder Ja, ihr müsst das vorher auch mal ausmachen, ihr Pussys Ganz oft Ja, da war ein Schalter Der ist jetzt noch nicht noch mal Ihr müsst das ausmachen Okay, da steht keiner dran zu sein Also links ist ein Schalter, ja Ja Ja, deswegen So, also ich bin durch hier, ne Der Mongos Ihr müsst da oben Jetzt ist so eine Tür geöffnet Ach so Ah ja Ich muss echt durch, du Mongos Hä? Was ist das denn jetzt hier? Ach, das ist das Checkpoint Hat sich schon wieder weitergelaufen, ohne auf uns zu warten In Zukunft sollte halt einfach nicht mehr mehr Benchernlabs mitspielen Deine Mutter sollte nicht mehr mitspielen Wird sie auch nicht Kings Advisor Tower Keep out Chapter 6 Sehr gut Okay, Gustav Oh ja Na, hier machen wir jetzt ne Pause Okay, alles klar Dann machen wir ne Pause BG, Leute Ciao